So und was, das ist ja das, weil ich immer meinen Job kann ich so erstaunen, das ist. Mich als Fußballprofi beim SC Wiener Neustadt motiviert, dass man jeden Tag zu 100% seine Leistung bringen muss, jeden Tag neu gefordert wird und das erarbeitet er unter der Woche am Wochenende sich und einem Publikum präsentieren zu können und zu dürfen. Untertitelung des ZDF, 2020